Ich muss mir schon fast den Bauch halten vor lachen. So, ok, was ist das? Elf nur Strom? Ja, Kurzstrom. Achso. Arme Kerle. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle tot. Das hab ich letztes Mal nicht begriffen, irgendwie die Eil zu töten. Achso, ich hab gedacht, der ist jetzt... Okay, dann gucken wir doch mal hier, was uns hier noch Lustiges erwartet. Ich geh mal zu den Fließfächern. Ich baller einfach mal los. Ich hab's ja nicht gehört. Nein. Ich hab mich getan. Hilfe. 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 Okay. Hoch, tief, hoch, lachen. Boah, die zerplatzen ja nicht direkt? Was geht denn mit denen? Wird verrückt. Ich will auch Baptali haben. Gib mir einen Baptali vor. erdめire Propeller. Das ist doch scheiße. Oder? So! Okay, dann machen wir aber erstmal da oben hier das Ding hier auf. Und wenn ich den linken Schalter betätige, dann, äh, kommt da oben ein Slick raus. Da hab ich eigentlich gerade keine Lust drauf. So. Achso! Achso, ich kann dich auch... Ja, wunderbar. Denk mal, ich brauch dich noch. Jetzt machen wir jetzt hier mal einen Quick Save. Äh, ih! Weg! Achso, okay. Komm runter, feiges Schweinchen. Ja, wirst du wohl. Hallo? Ich, 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 ich. Okay, ich darf mir mit dem Ding auch labern. Will auch nicht. Ah, doch. Tief, tief, hoch, lachen. Äh, zäh! Platz! Okay, dann können wir schon mal die Suite B öffnen. Ach, eigentlich ist ja schon mal direkt benutzen können... ...für meine finsteren Pläne. Ja. Hey! Aua! Da kann ich mir zur Noten 9 holen. Auch wenn es einfacher gesagt ist, als getan. Den dafür muss ich nämlich erstmal... Da ist kein Geheimgang, okay? Ah, ja, ja! Runterfallen! Aber was ich nicht verstehe, wofür ist dieser Gang hier gut? Äh, ja. Gut. Achso! Ah! Ah, okay. Da kann ich mir den... Okay, ich krieche ihn nicht so. Hätte er, hätte er sein Glück? Aber jetzt weiß ich Bescheid. Ich kann nämlich da unten hin, um den dann zu... Miau, 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 miau. Ihr wisst Bescheid. Ab, 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 ab. Yeah! Nein! Da, sollst du hin. Kann ich auch da oben hin, aber... Komm runter. Komm runter. Komm bitte runter. Komm schon. Ah, da ist er ja. Moment. Freund der Süße. Da kann ich jetzt nämlich oben die Sticks kaputt machen. Wenn sie denn so nett sind und sich mal umdrehen würden und mich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo? Nein, 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 ich bin so ein Haufen Kacke! Ich bin so Kacke! Echt! Mann! Das ist einfach nur wieder unnötiger Zeitaufwand. Dieser Scheiß hier. Ja, komm mal runter jetzt hier. Hallo. Hilfe! Hilfe! Du bleibst schön hier! Ha, ich hab dich. Lalalalalalalalala. Lalalalalala. Quick Save. So. Der ist einfach nur... Spasti! Der ballert einfach drauf los. Einfach nur ne Ratte. Hä. Ja, ist aber unfair, ich weiß. Ach so! Ja, gut. Das ist natürlich 2. Das ist, äh... Bestimmt nicht viel Zeit. Dreh ich um. Turn around. Ui. Oh! Hey! 2 ist keine Absicht. Oder geht's doch bestimmt noch höher, ey. Und dann... Boah! Lala! Ja, komm. Nein, ich mach jetzt hier... Laden. Quick Save. Quick Save. Quick Save. Quick Save. Quick Save. So. Deck mich. Oh, ich glaub, ich muss dann zwar alle nochmal töten, aber... Ich krieg schon hin. Irgendwie. Du wasch. Weg mit dir. So, jetzt hab ich gelernt. Okay. So. Alles klar. Ja. Es werden wahrscheinlich dann auch ganz schön viele... Ach, scheiße. Kacke. Leck mich. Fledsch. Okay. Okay. Dann hab ich das wohl doch umsonst getan. Aber ist ja egal. So. So. Ja. Nein, nicht böse. Quick Save. Willkommen im dritten Block. Gehen wir uns erstmal zu Suite A. Ja, sicher. Ja, sicher A. Ha, ha, ha. Okay, gibt's hier Mudakens. Am besten einfach nur retten und dann weg. Das wird mir gefallen. Äh. Von wegen. Ich wollte erstmal schön die Schnauze. Nicht runterfallen. Gut. Ich hab keine Ahnung, was dieser Schalter bewirkt. Ich hab mal nix, äh, Böses. Achso, eröffnet die Tür. Ja, gut. Das ist für dich böse. Ist was schön Einfaches. Einfach nur ein Vogelkreis. Und, äh... Ich hab... Wieso kann ich den jetzt nicht, äh... Ich würd gern... Du kannst mich doch mal im Arschlecken, ey. Ich wär auch traurig, wenn ich bei so Strombarrieren da irgendwie... ...arbeiten würde. Mitkommen. Mitkommen. Okay, okay. Könnt ihr euch auch ein bisschen beeilen, wenn ihr Bock habt. Ich will mich natürlich zu nichts zwingen. So. Ey, warte, Moment. Da muss ich jetzt mal kurz was testen. Wenn die da losrennen, ist mir doch voll scheiße. Natürlich rennt sie los. Spring! Okay. Gut. Jetzt sind wir schlauer. Ja. Gut. Also, ich denke mal, wenn ich da oben den Schalter betätige... Ich hoffe einfach, dass dann die... ...Barrieren... ...weggehen? Woher gehen die... Ach du Scheiße. Was soll ich das denn machen? Hä? Ich dachte, dass die Barrieren erst weggehen. Aber wenn ich da... ...T...T...T...T...Tente... ...das ist doch... ...das ist doch... ...das ist doch alles Kacke. Oh mein Gott. Und mit dem anderen Slick von gerade eben... ...da konnte ich das nämlich auch nicht machen. Ich habe es doch versucht. r weil ich den Schalter noch mal betätigen soll ich bin ich, dass mir das irgendwas gebracht hätte. Ich will wieder zurück mal schauen ich muss ja gerade ein bisschen rumprobieren schauen wir mal so achso ok das bringt mir wohl doch nix so ein Mist ok, komm, gehen wir zu Suite B ok, war doch knapper als gedacht so quick save uff ich hoffe einfach mal, dass die Scheiße dann weg geht so ein, wie ich das machen könnte und er ist so blöd und rennt er einfach durch das ist ja das traurige ich bin echt überfordert scheiße ich kann mit Slicks und so ja auch keine Türen betreten vor dem die 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 Bis zum nächsten Mal.